Ja und sportlich geht es weiter hier bei Pearl TV. Sie sehen zwei sportliche junge Damen und ein etwas ungelenker, aber immer noch durchtrainierter, nicht mehr ganz so junger Mann. Und ich habe in meinem Leben, gerade in der Jugend, unglaublich viel trainiert. Ein bisschen bedauern tue ich im Nachhinein, dass ich das wohl effektivste Training überhaupt, nämlich im Operationstraining, erst viel, viel später, nämlich schon im mittleren Alltag kennengelernt habe. Und wenn Sie es noch nicht kennen, Sie sollten es auch unbedingt kennenlernen, weil an Effektivität und an Einfachheit und an wenig Zeitaufwand kaum zu überbieten. Und unsere erfolgreichsten und wohl auch besten Vibrationstrainer, die haben wir jetzt für Sie in der Sendung. Und auf unserem ersten steht Kathi schon. Und Kathi, bei dir weiß ich ja auch, du bist auch privat ein absoluter Fan vom Vibrationstraining. Das stimmt, weil gerade was du schon gesagt hast, das geht Ihnen vielleicht auch so. Man hat relativ wenig Zeit, man braucht ein intensives Training, aber ein kurzes Training. Und das haben Sie mit einem Vibrationstrainer. Zehn Minuten reichen völlig aus pro Tag. Zehn Minuten. Und die kann man schön irgendwo im Alltag einbauen. Vielleicht morgens, mittags, nachmittags, während Sie Fernsehen schauen zum Beispiel. Oder auch am Abend, bevor man ins Bett geht. Zehn Minuten hat man einfach. Die haben Sie bestimmt auch. Und dieses Training, dieses Vibrationstraining spricht den ganzen Körper an. Das ist das Besondere. Man sagt ungefähr, zehn Minuten auf so einem Vibrationstrainer sind ungefähr wie 90 Minuten in einem Fitnessstudio, weil hier automatisch alle Muskelgruppen angesprochen werden. Und das passiert durch ein biomechanisches Prinzip. Ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Wir sehen hier die Vibrationsplatte im unteren Teil und die wird in Schwingungen versetzt. Und diese Schwingungen gehen dann bis nach oben in Ihren Körper hinein. Das ist so, als ob Sie über einen unebenen Boden, vielleicht einen Kiesboden laufen würden. Oder vielleicht liegt auch mal so ein kleines Stöckchen. Ihr Körper, Ihre Muskeln im Körper gleichen diese Unebenheit vom Boden automatisch aus, ohne dass Sie darüber nachdenken. Die Muskeln reagieren automatisch. Und zwar alle. Die Beinmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, alles reagiert. Ein biomechanisches Prinzip. Und das macht jeder Körper, auch Ihrer. Und dieses Prinzip nutzen wir hier aus. Die Vibrationsplatte wird in Schwingungen versetzt. Und dann wird der Körper, die Muskulatur im Körper von quasi alleine trainiert. Deshalb sagt man beim Vibrationstraining auch, es ist ein passives Training, ein indirektes Training. Ohne so viel Anstrengung, aber mit einer riesen Wirkung, die wir hier haben. Ja, und das auch noch zum TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie, für 131,76 Euro. Und viele haben es schon ausprobiert. Und ich möchte Ihnen hier mal ein paar Kundenzuschriften vorlesen, damit Sie sehen, wie effektiv dieses Training ist. Du darfst gleich deine Flasche zeigen, Kathi, aber aus Heidelberg schreibt uns R.N. Man spart deutlich Zeit, weil man nicht erst irgendwo hingehen muss. Es lässt sich leichter in den Tagesablauf einbauen. Es macht Spaß und meine Knieprobleme sind auch schon besser geworden. Oder aus Freudenstadt von U.Z. Das Gerät ist wie beschrieben, durch den täglichen Gebrauch lindern sich meine Rückenschmerzen. Und noch einen habe ich hier aus Minden von A.L. Ich kann nur empfehlen, dieses Produkt zu kaufen. Meine Enkel und ich hatten tierisch Spaß, als wir alles ausprobiert hatten. Es macht richtig Laune. Also alles bis jetzt perfekt, so wie es ist. Und das auch noch in einem, das kann man wirklich sagen, hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, für 131,76 Euro ist das natürlich spektakulär. Die meisten Vibrationsplatten fangen so ab 300, 400 Euro an. Nach oben hin sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch Vibrationsplatten, die dann über 1.000 Euro kosten. Und hier auch für diese Platte eigentlich eine unverbindliche Preisempfehlung für 300 Euro. Und die ist auch dieses Geld allemal wert, weil wir haben hier wirklich eine tolle Qualität. Dann haben wir hier, Sie sehen, das ist eine ganz, ganz flache, schöne Bauweise bei der Vibrationsplatte. Das ist ja auch wichtig, dass Sie die schön verstauen können, wenn Sie möchten. Wir haben hier sogar an der Seite kleine Räder und hier so einen Haltegriff. Das heißt, da ist eine Trolley-Funktion mit dabei. Sie können das Gerät also dann schön hin und her rollen innerhalb der Wohnung, wenn Sie das möchten. Und wir haben heute im Lieferumfang für Sie auch diese tollen Expander. Das sind die Haltegriffe, die haben wir mit dabei. Und eine Fernbedienung. Diese Haltegriffe sind halt ideal, wenn Sie auf dem Gerät stehen, um sich so ein bisschen zu stabilisieren, um Sicherheit zu haben. Gerade wenn Sie das auch frisch anfangen. Und es ist auch für Sie was, ganz, ganz sicher. Denn Vibrationstraining kann man in jedem Alter machen und man kann es auch bei jedem Leistungsgrad machen. Außer man ist vielleicht gerade frisch operiert oder schwanger. Aber ansonsten kann das wirklich jeder machen. Gerade auch die Menschen, die halt länger nichts gemacht haben. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe auch vielleicht früher Sport gemacht, aber jetzt seit 10, 15 Jahren gar nichts mehr. Oder ich bin auch schon ein bisschen älter. Kein Problem. Denn viele Physiotherapeuten arbeiten zum Beispiel mit Vibrationstrainer. Das ist ganz, ganz beliebt, weil man halt in kurzer Zeit tolle Erfolge dann auch erreichen kann. Und das richtig, richtig viel Spaß macht hier mit so einem Vibrationstrainer. Also nutzen Sie hier wirklich den TV-Sonderpreis. Probieren Sie es mal aus. Trainieren Sie entspannt von zu Hause. Ja, das gibt unglaublich viele Artikel hier. Auch über die Effektivität, warum Vibrationstrainer so effektiv ist. Und das schauen wir uns mal gemeinsam auch an. Und ich muss hier gerade noch den richtigen Artikel sehen, aber wir sehen ihn schon. Und das ist also wirklich enorm, was hier steht. Und das zeigt es genau hier. Mainz schreibt, was bringt Vibrationstraining für die Gesundheit? Und da steht, Vibrationsplatten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie versprechen ein effektives Training bei gleichzeitig geringem Zeitaufwand. Unzählige Studien bringen gesundheitliche Vorteile mit der Nutzung von Vibrationsplatten in Verbindung. Unter anderem Gewichtsreduktion, Muskelzuwachs, Erhöhung der Knochendichte, verbesserte Körperhaltung, Zelluliterreduktion und eine verbesserte Durchblutung. Und den letzten Satz noch. Neben den sportlichen und medizinischen Effekten sind die Rüttelplatten wegen ihrer wohltuenden Massagewirkung ebenfalls sehr beliebt. Also Sie sehen, da ist alles mal zusammengefasst. Zellulite ist für euch Frauen ein bisschen ein Problem, aber das wird hier auch reduziert. Ja, wir sehen das hier glaube ich auch gerade sehr schön, wenn ich hier draufstehe. Natürlich wird alles schön durchblutet. Der ganze Körper wird angesprochen. Gerade hier auch in diesem Bereich, wo man oftmals Problemzonen hat, wird das natürlich alles mit bearbeitet. Und das macht natürlich Spaß. Dann natürlich auch Muskelaufbau, Gewichtsreduktion. Und wenn Sie auch sagen, ich fange jetzt noch ein bisschen an, vielleicht ist da noch irgendwie der ein oder andere Sommerurlaub in Deutschland geplant. Vielleicht möchten Sie in Ihr schönes Sommerkleid wieder reinpassen. Das ist immer so das Ziel. Oder auch bei den Herren, ein bisschen weniger Bauch vielleicht am Strand oder den Gürtel mal ein Loch enger schnallen. Das schaffen Sie. Da bin ich mir sicher. Legen Sie los. Also probieren Sie es aus. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und Sie trainieren ganz entspannt von zu Hause. Schauen Sie, das ist wirklich nur ein Schritt. Sie stellen sich auf den Vibrationstrainer drauf. Ich zeige es Ihnen. Das ist wirklich nur hier. Zack. Ein Schritt auf den Vibrationstrainer. Zack. Und schon tun Sie etwas für sich, für Ihren Körper. Ja. Für dann natürlich auch die Ziele, die Sie haben. Festhalten an den tollen Expandern. Die Knie immer leicht gebeugt. Das ist wichtig. Und dann schön anspannen, dass Sie eine gute Spannung auf dem Körper haben. Und die Platte trainiert Sie von ganz alleine. Es gibt selbstverständlich auch noch weitere Übungen, die man machen kann. Das ist die Grundposition. In einer kleinen Bedienungsanleitung werden Ihnen auch noch weitere Übungen gezeigt. Die sind da sogar bildlich drin aufgemacht in der Bedienungsanleitung. Können Sie sich auch gerne mal angucken. Aber eigentlich reicht doch dieser normale Stand auf der Vibrationsplatte schon aus. Ja, und es ist nicht nur etwas für die jungen sportlichen Damen hier, die mit mir im Studio sind, sondern auch für uns etwas Ältere, die einfach beweglich bleiben wollen. Oder, so wie Kathi gesagt hat, vielleicht sogar noch ein bisschen Gewicht reduzieren lassen wollen. Und hier eine unverbindliche Preisempfehlung haben wir bei diesem Gerät von 300 Euro. Ihr TV-Sonderpreis exklusiv für Sie 131,76 Euro. Und die Bestellnummer, die brauchen Sie natürlich noch. Das ist hier die NX5958 und die 5 bis 6,9. Hier sehen wir das Display. Kalorienverbrauch kann angezeigt werden. Expander sind dabei. Fernbedienung ist dabei. Alles rundum. Einfach nur noch in die Steckdose. Und dann kann Ihr Training, Ihr Start in das neue Leben weitergehen. Aber wir haben noch eine zweite, einer unserer zweiten Bestseller, wenn es um Situationstraining geht. Und hier haben wir eine sogenannte 3D-Vibrationsplatte. Erklärst Du uns, was hier jetzt der Unterschied ist? Ja, das ist eine Vibrationsplatte mit der neuesten Technologie. Ich war total begeistert, dass ich die das erste Mal gesehen habe. Weil das eine Vibrationsplatte ist, in der eine Zwei-Motoren-Technik eingebaut ist. Und Sie sehen jetzt hier eine Vibration in der Platte. Die ist natürlich toll, um die Muskulatur im gesamten Körper anzusprechen, um hier schon schöne Ziele zu erreichen. Aber, und jetzt zeige ich Ihnen mal was, hier ist in der Platte, schauen Sie mal, Achtung, ein weiterer Motor eingebaut. Und das heißt, hier geht die Platte plötzlich in diese horizontale Vibration. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist so toll einfach, um das zu sehen. Und diese horizontale Vibration kann natürlich auch mit der anderen Vibration, wenn Sie möchten, kombiniert werden. Und das ist dann hier, da sehen Sie es, die 3D-Vibration, die wir hier haben. Und ich zeige es nochmal. Einmal hier natürlich diese normale Vibration. Dann hier die seitliche, die wir haben. Und die ist wirklich wichtig, gerade wenn Sie auch Problemzonen haben. Ja, wenn Sie sagen, oh, meine Problemzone ist wirklich der Bauch. Meine Problemzone ist vielleicht auch hier so ein bisschen Speck an den Hüften. Dieses Hüftgold, was man häufiger mal hat. Oder hier auch so ein bisschen was an den Oberschenkeln. Denn durch diese Bewegung, die hier gemacht wird, schauen Sie mal, was da passiert. Selbst wenn ich die im Stand mache und mich einfach nur so hin und her bewege. Schauen Sie mal, wie meine Bauchmuskeln anspannen. Wie hier auch sofort in der Hüfte was passiert. Das ist genau dieser Problembereich, den man hat. Und der wird hier zusätzlich bekämpft. Schauen Sie mal, Cellulite, wir hatten schon drüber gesprochen. Auch das natürlich, gerade das an den Oberschenkeln, was ich auch gerade gesagt habe. Das wird hier wirklich ganz, ganz toll, speziell durch diese zusätzliche Vibration angesprochen. Zum Beispiel straffere Haut wäre dann eine Option, die möglich wäre. Das macht halt richtig Spaß. Also wenn Sie dann ein Gerät haben wollen, was wirklich auch an die Problemzonen rangeht, was dann auch schneller hier diesen Effekt erzeugt, um wirklich eine schöne Silhouette zu zaubern, flachen und Bauch zu zaubern, da ist das natürlich hier ideal für Sie. Und ich schalte jetzt hier nochmal rein in diese 3D-Vibration, die wir hier sehen. Das Tolle bei dieser Platte ist auch, Sie können natürlich übers Display schalten oder über die Fernbedienung. Und Sie können auch mit Ihrem Stand auf der Platte nochmal variieren, wie stark die Vibration sein soll. Da sind so unterschiedliche kleine Männchen auf der Platte aufgemalt. Das heißt, wenn Sie die Füße enger zusammenstellen, jetzt hier in diesen inneren Kreis, den wir haben, dann haben Sie hier eine moderatere Vibration, die auch ein bisschen weiter hoch geht. Und dann sehen Sie hier den zweiten und den dritten Ring. Der zweite Ring ist quasi der Standard-Trainingsring. Und ganz außen, in dem äußeren Ring, da haben Sie eine ganz, ganz effektive Vibration, einen ganz starken Anspruch an Ihren Körper. Das ist so, als ob Sie plötzlich so ein bisschen joggen und rennen würden, als ob Sie so einen Sprint machen. Das passiert im äußeren Ring. Also Sie entscheiden dann selber nochmal, auch während Ihres Trainings, wie intensiv das sein soll. Da sehen wir es einmal. Der innere Ring, das geht auch weiter ein bisschen an den Oberkörper hoch, ist ein bisschen leichter. Dann der zweite Stand, den wir haben, das ist der Stand in dem zweiten Ring. Der ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Der normale Trainingsmodus, wie ich immer sage. Und der dritte, ganz, ganz außen. Wie gesagt, das ist der Sprint, das ist nochmal effektiver, nochmal anstrengender für Sie. Also hat man auch genügend Möglichkeiten, sich zu steigern. Also klein anfangen und dann immer Woche für Woche ein bisschen steigern. Übrigens auch hier haben wir jede Menge tolle, tolle Zuschriften von Ihnen bekommen, beziehungsweise von Nutzern, die die bereits erfolgreich gekauft haben und benutzen. Zum Beispiel aus Altena, r.s. schreibt uns, durch die Benutzung der Platte wird die Beweglichkeit enorm gefördert. Dann haben wir von A.E. aus Testdorf. Ich würde dieses Gerät jedem empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nur spitze. Die Handhabung super einfach. Draufstellen und loslegen. Das Gerät beansprucht den ganzen Körper. Ich habe einfach keine Zeit für ein Fitnessstudio. Und jetzt kann ich freie Zeit nutzen und mich auf meine Vibrationsplatte stellen. Sehr effektives Gerät von mir. Klar, Daumen nach oben. Und ein drittes möchte ich noch vorlesen, weil mir das so gut gefallen hat. Ein kleiner Tipp von B.K. aus Köln. Und er oder sie schreibt, am besten in der Nähe des Fernsehers aufstellen. Dann nutzt man es auch jeden Tag. Ja, das ist ein guter Tipp. Machen Sie das auch. Und Sie haben hier wirklich alle Optionen. Also diese drei Trainingsbereiche. Dann diese zwei Motorentechnik. Das heißt einmal die Vibration und einmal diese horizontale Bewegung, die Sie auch kombinieren können in diese effektive 3D-Vibration. Das Gerät ist übrigens immer voreingestellt auf 10 Minuten, weil 10 Minuten Training reichen vollkommen aus. Und es wurden hier auch von Sportexperten, von Therapeuten extra Programme für Sie vorprogrammiert. Auf der Fernbedienung und auch auf dem Gerät. Da ist zum Beispiel Programm 1, Programm 2, Programm 3. Wenn Sie sich jetzt nicht so gut auskennen und Sie sagen, oh, ich möchte das aber mal testen, das Gerät soll alles von alleine machen, dann drücken Sie einfach hier eins dieser Programme. Und dann fängt das Gerät etwas langsamer an, geht dann hoch und endet mit so einem sogenannten Cooldown, mit so einer Abkühlungsphase, wird dann wieder ein bisschen leichter. Das ist alles von den Sportärzten, von den Medizinern hier, von den Therapeuten für Sie voreingestellt. Also Sie müssen sich auch um nichts mehr kümmern, sondern einfach nur einen schönen Platz zu Hause für das Gerät suchen und sich halt 10 Minuten pro Tag draufstellen. Das macht richtig Spaß. Und Sie werden Ihre Ziele auch schnell erreichen. Ja, und welche Ziele hat man denn? Wir schauen uns mal mögliche Ziele des Vibrationstraining an und das sehen wir auch in einem Fachartikel. Und da steht, es gibt eine Reihe von Zielen, die mit Hilfe eines Vibrationstraining erreicht werden können. Körpergewicht verlieren und Körperfettanteile reduzieren, Zellulitis bekämpfen, Muskelaufbau, Leistungssteigerung. Und hier steht noch etwas ganz Interessantes, Stärkung des Rückens. Im menschlichen Körper befinden sich rund 640 Muskeln, wobei 140 davon für die Stabilisierung der Wirbelsäule zuständig sind. Wenn diese Muskulatur gestärkt wird, sinkt das Risiko, Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfälle zu erleiden. Und vielleicht, ich glaube, das kennen die meisten, so Rücken, ich habe Rücken. Und wenn man dem vorbeugen kann, also ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, wenn man so permanent Rückenschmerzen hat, ist man auch einfach nicht mehr sich selber. Und durch solches Training dem vorbeugen, das ist doch auch schon mal so etwas, was man tun sollte. Und ich muss sagen, nochmal, also weil die jungen Damen jetzt ja andere Ziele haben. Bauch, Beine, Po, hört man da als Mann oft. Für mich ist es einfach das Ziel, beweglich zu bleiben. Und das auch mit bitte noch 20, 30, am besten 40 Jahre. Mir selber die Schuhe binden zu können, ohne dass ich hier irgendeinen Asthmaanfall bekomme oder ähnliches. Und ich stehe ja auch jeden Tag 10 Minuten auf meinem Vibrationstrainer. Und ich muss sagen, ich fühle mich, also ja, entsprechend meinem Alter, fühle ich mich recht fit. Ja, du bist doch fit für dein Alter, muss man sagen. Und das können Sie auch sein. Und es macht richtig Spaß. Es ist wirklich so etwas, dass man täglich 10 Minuten machen kann. Sie integrieren es einfach in Ihren Alltag mit rein, in Ihren Tagesablauf. Und Sie brauchen jetzt nicht irgendwie großartig Zeit. Ja, Sie haben 10 Minuten, die Sie hier trainieren. Es gibt dann auch keine Ausreden mehr, weil die 10 Minuten, machen Sie es wirklich vor dem Fernseher. Ja, Fernseher an, 10 Minuten drauf. Und Sie werden nicht glauben, wie schnell 10 Minuten rum sind. Ja, überlegen Sie mal, so die Tagesschau dann am Abend, die geht 15 Minuten. Da sind Sie vor dem Wetter, sind Sie schon fertig mit Ihrem täglichen Training. Es ist so einfach. Sie müssen nur anfangen. Sie müssen es jetzt für sich tun. Diesen ersten Schritt einfach mal probieren. Ich weiß, ich weiß, es gibt immer große Hemmungen. Dann sagt man immer auch Sport und ich habe keine Lust und ich habe so lange ja eh nichts gemacht. Und ich kann das gar nicht mehr so. Das hier, das können Sie. Es ist wirklich nur dieser eine Schritt auf die Platte drauf, den Sie machen. Ich kann es gerne ja auch bei meiner Platte nochmal zeigen. Es ist ein Schritt, den Sie machen. Einfach nur draufstellen, Knie leicht gebeugt. Sie können die Expander auch mit in die Hand nehmen und dann geht es los. Und oft ist es ja auch so, dass der Partner mal was sagt oder der Arzt vielleicht sogar schon mal was gesagt hat. Also vor Jahren war ich mal beim Doktor und da hat der Arzt zu mir gesagt, also sieht alle, alle Werte sind in Ordnung. Aber ein klein wenig Bewegung, hat sich vorsichtig ausgerückt, würde Ihnen auch gut tun, hat er gesagt. Ich habe mich für das Vibrationstraining entschieden und das sollten Sie auch tun. Sie wissen, Sie müssen was tun und gerade jetzt ist man vielleicht sogar noch mehr zu Hause als üblich und sitzt noch mehr auf dem Sofa. Und das ist so eine Abwärtsspirale. Je weniger man tut, desto unbeweglicher wird man. Je unbeweglicher man ist, desto weniger tut man. Gehen Sie raus aus diesem Kreislauf. Stellen Sie sich einmal am Tag zehn Minuten auf den Vibrationstrainer. Jetzt hat Kathi vorhin gesagt, während den Nachrichten am Abend, ich mache das immer morgens, bevor ich arbeiten gehe, hat nämlich noch einen Vorteil, auch für Morgenmuskel übrigens empfehlenswert. Hier, das ist ja auch Sport. Der Körper wird trainiert und da werden Endorphine, also Glückshormone, freigesetzt. Und dann geht man auch viel besser gelaunt in den neuen Tag. Das stimmt, das stimmt. Es macht dann auch richtig Spaß und Sie werden auch richtig stolz auf sich sein. Da bin ich mir sicher, wenn Sie die ersten Male dann absolviert haben und nach normalerweise so zwei Wochen ungefähr, spürt man und sieht man dann auch schon die ersten Erfolge. Und dann ist man auch wirklich sehr, sehr stolz auf sich selber und man bekommt dann auch die ersten Komplimente. Das werden Sie dann auch merken, wenn dann die Freundin sagt, boah, was hast du denn gemacht? Wow, du siehst so toll aus. Du hast ja abgenommen. Wow, du strahlst so. Das ist ja super. Was machst du denn? Ja, Vibrationstraining können Sie dann sagen. Vibrationstraining, zehn Minuten pro Tag. Das macht so viel Spaß. Der Vibrationstrainer schaltet sich nach zehn Minuten von alleine ab. Zehn Minuten reichen völlig aus. Wenn Sie sich zutrauen und körperlich fit sind, können Sie natürlich noch weitermachen. Und natürlich kriegen Sie auch unser 3D-Modell zum TV-Sonderpreis exklusiv für Sie für 235,32 Euro. Sie sind dementsprechend natürlich Porto- und Versandkosten frei bis direkt vor Ihrer Haustür. Und die Bestellnummer hierzu ist die NX 59, 57 und die 569. Also beginnen Sie ein neues Leben, ein sportlicheres, beweglicheres Leben. Und bleiben Sie auch beweglich bis ins hohe Alter. Und das war noch nie so einfach als mit Vibrationstraining. Und deshalb ran ans Telefon und dann viel Spaß beim Training. Der Vibrationstraining … Dieitsergensyder ... Der Vibrationstraining … Vielen Dank.